Moin White King Ich habe gedacht wir können mal zu diesem komischen roten X hier auf der Seite schauen ob das etwas sein könnte sonst bin ich überall schauen es geht irgendwie nichts Oh da hat es noch typisch zu befreien Befreien die mal oder dreimal mehr in der Armee Schauen wir mal wenn wir besiegt haben Gold sammeln das kommt ziemlich in die Hose aber ich habe hier gesehen da ist irgendetwas anderes hoffentlich ja das ist hier wo die X nechse schon ok das muss ich tun so nein die haben sie mich schon entdeckt ich werde deutlich die Tür geschlichen ah fuck Jetzt komme ich nicht mehr raus. Jetzt kommen alle. Oder ist das alles? Ich kann mich nicht mehr kennen. Super. Ich habe schon sehr gut angefangen. Ich habe die Schädel bekommen. Ich müsste wahrscheinlich schleichen. Aber ich weiss nicht wie. Ob ich den drücken muss. Jetzt schleiche ich. Jetzt wieder nichts. Ich teste das mal. Kommen wir einfach durch. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Gleich kommen sie wieder. Super. Ja. Ah. Was ist zum Kotzen? Ja. Jetzt kommen sie alle. Komm, 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 komm. Ja, die, 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 die. Ich bin sicher. Ich kann sie nicht mehr. Und dann kommen sie weg. Ich habe die Fläche. Ich bin sicher. Lieber geschnallt ein Moment für die Verteilung. Zweite mir übernommen. Oh, jetzt gleichs wird. Also zur Sicherheit. Jetzt kann ich doch einfach direkt hier raus. So geil. Lauter tun wir, wenn wir das Lager besiegt haben. Zuerst müssen wir mal den Drachen holen. So, jetzt hierher, obwohl es eigentlich nicht angezeigt. Oh, was muss ich hier? Ja, das ist eben das. Man sollte mal die Ausrüstung wieder gehen. So, ich muss hier Sachen kaufen. Aber ich hätte zuerst sollen, gehen einkaufen. Oh, ich muss mehrmals. Ich muss hierher kommen. Ich muss hierher kommen. Und jetzt? Und jetzt? Ich komme gar nicht raus. Ich müsste mich jetzt holen. Oh, ich muss hierher kommen. Oh, ich muss hierher kommen. Ich muss hierher kommen. Ich muss hierher kommen. Ich muss hierher kommen. Wir können das starten, aber wir gehen zum ersten Mal zurück ins Lager. Jetzt müssen wir alles kaufen, was wir können. Was ich heute interessiert? Du hast eine Taste für treasure-hunting, ich sehe. Ich kann das auch selbst machen. Ich kann das auch selbst machen. Mind that blade I've just sharpened it. A fine blade. I've had my eye on that myself. Okay. You're welcome anytime. Oh ja, man sollte in die Arena ein paar Sachen gehen. Kampftechniken holen. Ich glaube, ich habe noch mehr. Ich hätte besser absuchen müssen, um noch mehr Sachen zu sehen. Aber das kommen wir dann am Schluss noch. Jetzt wieder viel Geld zurück. Jetzt muss ich noch in die Kampfarena. Das Lager sieht recht voll aus mit Leuten. Das Lager sieht gut aus. Jetzt müssen wir das gleiche. Okay, wir müssen jetzt erst wieder hier. Jetzt gibt es glaube ich nicht. Jetzt zeigt es mir auch alle versteckten Sachen. Was weiß ich immer noch? Ich weiss immer noch nicht genau wie das sogar. Wie das da ist. Zwei Fettigkeit-Kombos. Der Melanchthon hat mir immer noch da. Der Melanchthon hat mir und schüttelt, fisch. Nee.. 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 Ich bringe das nicht her. Ich weiss nicht wie wir fertig sind. Jetzt kommt was noch. Ah! Der dick wäre so... Ich bringe das auch nicht her. Weil ich nicht weiss, was Fertigkeits-Kombos sind. Ich bringe das noch. Oder ich bringe das noch. Nichts mehr. Ich kann mich besser von hinten killen. Ich habe gewonnen, mein Platz in Valhalla, Warrior. Habt ihr? Ihr habt diese Bewegung, Warrior. Geht jetzt. Und vielleicht kann ich dich in Valhalla sehen. Was wissen Sie, Viking? Nicht höchst. Oh, da haben wir noch viel. Geht jetzt. Geht jetzt. It is yours now. Use it wisely. Mehr Informationen. Ich denke hier vorne, am Meer ganz oben, dort kann es noch ein paar Sachen geben. Ich kann mich jetzt eigentlich so hinbeamen und dann wieder Kampf starten. Oder kämpfen die jetzt schon und ich komme erst viel später. Ui, aber das hat viel gegen mich. Die Schlacht wird schon etwas grösser als die letzte. Voll geil. Wer ist das? Ist das Freya? Ja. Die sollten wir... Können wir da mit dem Drachen angreifen? Dann kann ich irgendwie den Drachen aufbieten. Ich möchte mich jetzt kurz kurz anfangen. Ich bin drachen. Aber ich muss den Drachen angreifen. Ich kann mich auch nicht mehr aufbauen. Ich kann mich nicht mehr aufbauen. Ich möchte mich nicht mehr aufbauen. Ich kann mich nicht mehr aufbauen. Scheisse. Ja super. Fehlt es mir. Wie kann ich dem Drachen zählen? Ich habe die Energie für meine Spezialschläge. Komm mach mach mach. Komm, nimm den. Tötet ihn. So, jetzt kann der Drachen angreifen. Und wie kann ich ihn einsetzen? Das sind wir. Er kommt da drauf. Ja, das braucht zwei. Scheisse. Dann kann man auch die weg. Besser als nichts. Leere Haufen. Ja, ich bin ganz sicher. Ich bin sofort zu diesen Schamanen. Ich möchte ihn zuerst Bogenschützen weg machen. Ich bin sofort. Das ist hier direkt da. Ich bin irgendwie am Arsch. Ich muss irgendwie... Ich bin irgendwie... Das war's für heute. Und jetzt da auch noch. Willst du das Grün? Benedus. Weiter. Hier. 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 Nun werden wir viele Leute verloren haben. Der Boss. Ich habe gewartet bis ich... Das ist natürlich kein Ding mehr. Ausweichen dem Sicht. Scheisse. Ich muss den schnell umgreifen. Aber ich habe ihn. Ich habe mich verdrückt. Scheisse. Super. Jetzt habe ich mich verdrückt. Jetzt habe ich mich wirklich verdrückt. Die hat man schon gehabt. Was soll ich jetzt machen? Die braucht die rote Energie. Die. Das kommt mir nicht anher. Nein. Ich habe mich verdrückt. Ich habe mich verdrückt. Das wäre so einfach, ey. Wie verdrecken dreimal wegen nichts. Ich hatte ja beim ersten Mal schon. Ich weiß, dass du nicht genug ist. Wir werden nicht von deinem Gefängnis verletzen, Freya. Du darfst mich über Gefängnis sprechen? Oh, meine Reise ist nicht für Gefängnis, Freya. Es ist für Justiz. Justiz für den ganzen Midgard. Justiz von deinem Asgard, von deinem Valhalla. In meinem Midgard, all werden wir als Begräuern verletzen. Als Begräuern. Als Begräuern. Du möchtest mich, Skarin. Du bist wirklich wertvolle von meinen Begräuern. Hel hat sich in die Isle des Galcliffe mit der Kante zwischen ihren Legen. Und du musst folgen. Ich weiß, dass die Legionen stärker sind. Und sie haben bereits sehr viel von Midgard's Bounty zu ihren eigenen Bestialen. Aber ich habe Vertrauen in dich, mein Champion. Ich mache das, was muss man tun. Ich mache das, was muss man tun. Ich mache das. 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 Ich mache das". Ich mache das. Ich mache das. Ich mache das. Es ist gesagt, dass nur der Giver eine Divine Blessung von Immortaten ist. Es gibt auch Weapons für die Unbewegung von vielen Dingen in diesem Welt. Blessings, Kurses, even such Weapons das kann eine Goddess' Willen geben. Vertraue und glaube, es hilft, die göttliche Kraft!